Also, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst kann ich hier feststellen, also Helge Lindh, Konstantin von Nordsthorsten Frey, das ist ja ein Steffen-Seibot-Ähnlichkeitswettbewerb hier gewesen, was Sie hier vorgetragt haben. Also, das war schon nicht schlecht, also das war ganz gut. Also, zunächst einmal hat die AfD diese Aktuelle Stunde beantragt, um über Orden zu reden. Sie gibt sich hier vermeintlich ordenskritisch. Das lassen wir mal so dahingestellt. Ich denke, so eiserne Kreuze oder Ritterkreuze verleihen, das finden Sie wahrscheinlich ganz in Ordnung. Aber deswegen möchte ich hier über anderes reden. Das Einzige, was Ihnen ja nicht gefällt, ist, dass Angela Merkel den Orden bekommt. Und Sie haben in jeder Hinsicht ein pathologisches Verhältnis zu dieser Frau. Da würde ich wirklich mal klinisch drüber nachdenken, was da eigentlich passiert ist. Deswegen möchte ich da jetzt nicht weiter darauf eingehen. Also, wir wissen jetzt nun alle, dass am 17. April die ehemalige Bundeskanzlerin, ich will das noch mal in der ganzen Schönheit zitieren, das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausführung bekommen hat. Es ist insofern relativ bizarr, als die Bundeskanzlerin, ich habe das noch mal nachgeguckt, bereits 1996 das Großverdienstkreuz bekommen hat, dann 2008, da war sie dann schon Bundeskanzlerin, das Großkreuz des Verdienstordens. Man fragt sich, hat sie die verloren oder was? Warum muss das jetzt noch einer sein? Ich finde das schon relativ bizarr. Und man muss sich das mal wirklich reinziehen. Jetzt mal wirklich. Ihr ehemaliger Außenminister verleiht seiner ehemaligen Chefin einen Orden. Das ist doch geradezu absurd. Das wäre so, als wenn meine Mitarbeiter in meinem Büro mir einen Orden anhängen würden, weil ich so ein toller Chef bin. Das ist doch wirklich eine aberwitzige Praxis. Das muss ich nicht sagen. Ich möchte, liebe Sozialdemokraten, ist das eigentlich eure Kanzlerin oder was? Das scheint ja offenbar eure Bundeskanzlerin gewesen zu sein. Ich möchte dazu Folgendes sagen. Ich will ja konstruktiv argumentieren. Und es gibt natürlich bei dieser Ordensverlehrung zwei Dinge, die ich außerordentlich erfreulich finde. Das ist einmal zunächst, dass sich die AfD darüber aufregt. Das ist ja immer gut. Aber jetzt sage ich Ihnen was, Kollege Frey, weil Sie so schön lächeln. Besonders gut finde ich an dieser Ordensverleihung, dass Merz, Linnemann und Frey nicht zur Party eingeladen worden sind. Das finde ich das besonders gut. Und das muss man ja auch einfach mal so anerkennen. Ich möchte aber zum dritten, zu dieser interessanten Ordensfrage, folgende grundsätzliche Anmerkung machen. Ich finde, wir sollten das heute vielleicht doch schon mal nutzen und hier vielleicht mal eine Sache auf den Weg bringen. Nämlich diese Unkultur, dass sich die politische Elite in diesem Land gegenseitig Orden umhängt. Das halte ich für völlig aus der Zeit gefallen. Um das mal in aller Klarheit zu sagen. Denn in der DDR, da konntest du kaum stehen. Die hatten 8000 verschiedene Orden. Ja, also da wurde jeden Tag jemand ausgezeichnet. Und deswegen habe ich ja aus den Erzählungen der älteren Genossinnen und Genossen meine Schlussfolgerungen daraus gezogen. Und halte das auch modisch für nicht sinnvoll. Aber ich will noch mal ernsthaft dazu was sagen. Jetzt mal ernsthaft da sagen. Wie wirkt das eigentlich auf die Leute in den Feuerwehren, in den Kleingartenvereinen, für die ehrenamtlichen Bürgermeister und anderen? Wenn jemand einen Orden verdient hat, dann die. Aber nicht die politische Elite dieses Landes. Um das auch zu sagen. Und da ich meine, wie ich finde, einleuchtenden Argumente auch mit Zahlen unterlegen möchte, möchte ich Ihnen Folgendes noch mitteilen. Also allein in der letzten Wahlperiode haben 3,5 Prozent der Abgeordneten das Bundesverdienstkreuz bekommen. Also Otto Fricke zum Beispiel. Glückwunsch, du redest ja auch noch dazu. 3,5 Prozent. Und zwar für ihre ehrenamtliche Arbeit. Es gibt laut Statistischen Bundesamt 17 Millionen Ehrenamtler in diesem Land. Von denen haben allerdings, wir haben das sehr genau ausgerechnet, in den letzten zwei Jahren lediglich 1.250 ein Bundesverdienstorden bekommen, was 0,007 Prozent ist. Ich finde, das ist ein Ungleichgewicht, wenn man sich überlegt, mit welchen Privilegien, wie viel Geld wir hier verdienen, mit was für fetten Schlitten wir hier durch die Gegend fahren können, was wir für Freikarten haben. Da müssen wir uns nicht noch gegenseitig Orden umhängen. Das haben andere vor Ort verdient, um das auch ganz klar zu sagen. So. Und ja, es ist wirklich an sich ein absurdes Thema. Das ist schon richtig. Aber ich will das schon noch mal sagen, weil ich möchte meine, wie ich finde, gelungenen Ausführungen auch gelungen abschließen. Und ich möchte den französischen Außenminister Aristide Briand hier zitieren. Der hat nämlich 1926 zu diesem Thema alles gesagt. Ich zitiere. Was ist ein Orden? Ein kostensparender Gegenstand, der es ermöglicht, mit wenig Metall viel Eitelkeit zu befriedigen. Genau so sollten wir mit diesen Ordensfragen umgehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.